Hier präsentieren wir die 4 besten Teichsäuger-Tests. Lasst uns mit der Liste beginnen. Bei Nummer 4. Oase Pondovac Classic Teichsäuger. Der Oase Pondovac Classic ist ein klassischer Teichsäuger mit einem Auffangbehalter. Als solcher bringt er auch alle Vor- und Nachteile dieser Produktart mit. Als relativ preisgünstiges Modell eignet er sich für verschiedene Einsatzzwecke. Der Pondovac Classic ist Teil einer gleichnamigen Produktreihe des marktführenden Herstellers Oase. Bei diesem Modell handelt es sich anders als beim Pondovac 3-4-5-Premium mit 2-Kammer-System um einen Teichschlammsauger mit nur einem Auffangbehalter. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Die Hälfte unserer Liste auf Platz 3. sind Trucks Germany Teichsäuger. Bei diesem Gerät der Firma sind Trucks Germany handelt es sich um einen Mehrzweck-Industriesauger mit einem Auffangbehalter. Als solcher kann er nass und trocken für verschiedene Einsatzgebiete verwendet werden und eignet sich auch als Teichschlammsauger. Bei diesem Modell handelt es sich um einen Teichschlammsauger mit nur einem Auffangbehalter. Das wirkt sich auf den Arbeitsaufwand bei der Teichreinigung aus. Wie bei allen 1-Kammer-Teichsäugern kann auch hier nicht ununterbrochen gesaugt werden. Kurz vor unserer Liste auf Platz 2. Pontic Pondomatic Teichsäuger. Der Pondomatic von Hersteller Firma Pontic ist ein klassischer Teichsäuger mit einem Auffangbehalter. Als solcher bringt er auch alle Vor- und Nachteile dieser Produktart mit. Dieses Modell ist für den Einsatz in Teich oder Pool konzipiert. Bei diesem Modell handelt es sich um einen Teichschlammsauger mit nur einem Auffangbehalter. Das wirkt sich auf den Arbeitsaufwand bei der Teichreinigung aus. Wie bei allen Teichsäugern mit einem Behälter ist pausenloses Saugen nicht möglich. Sobald der einzelne Tank voll ist, schaltet sich das Gerät aus und der Schlamm wird automatisch abgelassen. Und kommen in 1 unsere Liste. Oase Pondovac 3 Teichsäuger. Auf Fachseiten und Unterteichbesitzern wird der Pondovac 3 aus dem Hause Oase schon lange gelobt. Als 2-Kammer-Teichsäuger bietet er hohe Leistung und viel Komfort zu hohen Preisen. Wer die Anschaffungskosten verkraften kann, erwirbt hier ein verlässliches, bewährtes Gerät. Der Pondovac 3 ist Teil einer gleichnamigen Produktreihe des marktführenden Herstellers Oase. Bei diesem Modell handelt es sich wie auch beim Pondovac 4-5-Premium, aber anders als beim hier vorgestellten Pondovac Classic um einen Teichschlammsauger mit 2 Kammern. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke, dass Sie unser Video. Für mehr Aktualisierung, abonniere unseren Kanal.